Es gibt nur eine Richtung in eine lebenswerte Zukunft. Umweltschutz ist dabei das zentrale Thema. Und das beginnt schon im Kleinen. Die Wertstoffhöfe von SMR bieten allen Bürgern die Möglichkeit, Selbstverantwortung zu übernehmen und im Sinne der Gemeinschaft zu handeln. Ob im Kleinen oder im Großen, es kommt immer darauf an, ob man einen starken Partner hat, der einen unterstützt. SMR bietet Abholung und professionelle Betreuung für haushaltsübliche Mengen bis hin zum Entsorgungsmanagement für mittelständische Unternehmen oder große Industriebetriebe. SMR Recycling macht aus Abfall Wertstoffe. Für nachhaltigen Erfolg braucht es eine gute Strategie und eine gründliche Planung. Unsere Mitarbeiter in der Dispo erarbeiten optimale Routen und behalten alle Ressourcen im Überblick. So können wir unseren Kunden bestmöglichen Service bieten. Mit unserem modernen Fuhrpark sind wir täglich unterwegs und bewegen dabei große Mengen an Abfall und Wertstoffen. Die Vielzahl an unterschiedlichen Recycling-Materialien ist überwältigend. Ihre saubere Trennung erfordert ein hohes Maß an Gründlichkeit. Eine Grundvoraussetzung für effektives Recycling und Wiederverwertung. Wir bereiten die Materialien chargierfähig und umweltschonend auf den Transport vor. Die direkte Schienenanbindung auf unserem Gelände ermöglicht es uns, die Wertstoffe auf ökologisch sinnvolle Weise zu den Verwertern zu transportieren. Um Maschinen oder Kraftfahrzeuge verantwortungsvoll zu entsorgen, ist ein großer Aufwand nötig, personell und technisch. Verantwortungsvolle Entsorgung erfordert Know-how und Durchhaltevermögen. Aber in einem guten Team wird alles möglich. SMR – Entsorgung ist unsere Stärke. SMR – Entsorgung ist unsere Stärke, we unusual nicht umweltschonend zu stationen. hinterher daun Hauptbahnver лайken. kasih schDP proclaim und schDP scientists Hierzu reporträ� barberset sind